Alle Skitourengänger, Schneeschuhläufer, Snowboarder, die abseits auf den Pisten unterwegs sind, sind mit einer Lawinen verschütteten Suchgeräte, Sonden und Schaufeln ausgerüstet. Je schneller die Kameradenrettung vor sich geht, umso grösser ist die Überlebenschancen der Verschütteten. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten hat man die grösste Überlebenschancen der Verschütteten. Die Lawinenrettungstrainingsanlagen sind für alle Wintersportler frei zugänglich. Es werden bis zu 8 Lawinenverschütteten simuliert. Anfänger und Fortgeschrittene können hier selbstständig die Lawinensuche üben und testen. Also, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.